nein nein doch leute ich hab langsam keine lust mehr diese beschissene scheiße ja mann und die kamera wechselt sich wieder ich hasse das ich kann sowas echt nicht leiden du lachst nicht nicht lange zumindest und das ganze noch mal oh mann 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 muss bestimmt wahnsinnig spannend sein also wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt immer noch nicht schafft dann ja dann werde ich das offscreen machen weil ihr euch sicherlich dann zu tode langweilt sonst so wie ich okay leute noch ein versuch und wenn dieser nicht hinhaut dann ja ist mir alles andere egal ok und los nein nein das gibt's nicht ja 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 kamera wieder richtig hin oder die kamera hat sich wieder wechselt nein ok leute ich werde das ganze offscreen machen weil ich euch jetzt damit nicht belästigen will und man sieht sich wieder an ort und stelle ich bin die methode mann sieht sie ich schreibe sie ich hört sie ich ja ja nach 10 tausend mal endlich geschafft so jetzt nur nicht beim rücken weg runterfallen das wäre extrem hässlich ich bin froh dass ich dieses puzzleteil jetzt habe ich habe bemerkt dass die kamera manchmal echt hilft wenn sie so recht nah an ihm ist also an benjo dann kann ich oh wow ok dann kann ich gewisse ähm schwierigkeiten überwinden die wollen wir noch oh und da haben wir einen egamburger gesehen den habt ihr auch gesehen oder sicher nicht habt ihr den gesehen so brauchen wir nicht mehr und wir schnappen uns den egamburger na da haben wir ihn und da ist eine mitte und da ist zwei piche und das ist tot und das können wir guten brauchen denn dann haben wir volle hp so das gesagt gehen wir jetzt rein zu dem egamburger egamburger, egamburger, egamburger so was, nur 10? ähm warte mal wir wollen uns noch nicht verwandeln wir wollen erstmal schauen was da oben so ist ah siehste ich hab doch gewusst da wird wieder was sein äh ich hab schon wieder ich hab doch 50 so und jetzt von da ah jeho schon zwei ok gut und verwandel mich wubelda 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 ein Groove Deal mit Hose und Rucksack du warte ich brauche neue Handtasche Mumbo nur machen kleine Spaß hi 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 Mumbo lustig yeah wir können alles zu tot weisen und wir haben einen weiteren egamburger per reinem Zufall ich liebe es so jetzt macht's doch gleich viel mehr Spaß vor allem denke ich Moment dass wir durch den so viel laufen können ja die Piranhas äh wollen nämlich logischerweise äh Krokodil nichts anhaben da klingt so die Logik ein bisschen geil aber naja whatever bam 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 ok wunderbar super wir sind ein Krokodil und ich würd sagen jetzt können wir mal anfangen die Noten zu sammeln ich weiß ja nicht wie man da hochkommen soll wahrscheinlich über den Schwanz oder so hm kann ich mal hinsehen ah ne der kann so schön der kann schön springen so äh man kann irgendwie in das Krokodil rein denke ich mal ich denk mal ja da die Nasenlöcher sahen doch perfekt aus und hier sind wieder Noten 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 und dann die Gamboga und das haben wir alles schon und hier sind Schuhe ok aber es gab ja nur ein Move hier in diesem Level wie es aussah ne ok das verwirrt mich jetzt ein bisschen aber ich geh mal zu einem Kollegen hier hin hallo ich bin Mr. Wierle das gute Krokodil aller Zeiten spiele mein Spiel und gewinne einen Preis drücke A um zu spielen oder B wenn du die A sind voll hast das Spiel ist einfach putere mehr rote Jungblis als ich fertig 3 2 1 los rote oh Gott ich bin ganz schlecht kann das sein ah ah die Steuerung oh er hat schon 6 ah natürlich kommen die jetzt alle bei ihm da ist er schon 9 ich krebs hier noch mit 10 rum 11 12 13 14 oh es geht noch was werden 15 ja schön zack 18 19 knapperscheiß wow wo war die Sau ne jetzt war ich ich war die Sau oh yeah oh yeah 24 nein 26 ich hab gewonnen ich hab gewonnen jetzt legen wir einen oh nö einen Zanzun fütere die roten Jungblis und meide die gelben Gumblis fertig 3 2 1 los 14 rote 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 ibrauch rote 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 ibrauch rote rote Bei j какую rote sind leute wo seid ihr? Nein, ah, bekackt 15, 16 Rote, rote, rote Rote Da ist auch ein roter Zack Und noch ein roter, 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 zack Oh, ich hab 23. Drei mehr als er. Boah, Anfänger, klug. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnappe dir nun, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig. Drei, zwei, eins. Los. Oje. Rot. Rot, rot, rot. Ah, rot, ah, Schiet, gelb. Gelb. Gelb, 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 gelb. Gelb. Rot. Nein. Ah, rot, 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 rot. Ah, da ist er. Da ist ein roter. Und, ah, da ist noch ein roter. Ne, gelber wollen wir jetzt. Wir wollen jetzt wieder gelbe. 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 Jetzt kommt gleich wieder rote. Genau. Nein. Komm her. Nein, oh, er hat schon so viele. Ich muss den Zahn zulegen. Er frisst schon alles von mir weg. Gelbe. Ich muss ihm alles wegfressen. Von der Nase. Oh, nein, unentschieden. Oh, jetzt hat... Die Sau. Die Sau. Der wunderbare Mr. Beal hat gewonnen. Was? Jetzt geht es dir an den Kragen, Kleiner. Du traust dich noch einmal hierher drücken, um zu spielen, oder Bär, um zu Mami zu rennen. Wir spielen das letzte Spiel noch einmal. Futere nur, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. So, gelb, gelb. Hier ist ja fast kein gelber. Das ist für eine Arsch. Verarsche hier. Das ist eigentlich wieder rote, ja. Und noch ein roter. Und noch ein roter. Und noch ein roter. Und noch ein roter. Jetzt müssten wir da gelbe kommen. Gelb. Gelb. Und gelb. Jetzt nicht hängen. Bitte nicht. Ich suche keine Lust drauf. Der weiß immer sofort, wo die sind. Komm auf, mach gelb. Ah, scheiße. Oh nein, hör auf. Oh nein. Ja, 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 ja. Nein, oh, schon wieder. Er hat am Ende natürlich wieder... Der wunderbare Mr. Beal hat gewonnen. Jetzt geht es dir an den Grage, kleiner. Oh, naja. Ich will nicht. Mann, sau. Noch zwei Versuche. Du traust dich noch einmal hier, Drückerraum zu spielen oder Bedsumami zu rennen. Ich kill dich, Mann, Alter. Du hast immer noch am Ende einen mehr... Nee, gleich viel. Und sagst, du hast gewonnen. Rote. Rote, rot, rot, rot. Oh, ich hab dich lieb. Gelb. Gelb. Oh, da hat er wieder... Da hat er wieder gelbe. Rot, rot, mach rot. Oh, nee. Vergekackt. Mach gelb. Oh, je, 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 je. Es sieht schlecht aus für mich grad wieder. Oh, Mann, 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 Mann. Und rot wieder. Rot, 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 rot. 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 Gelb. Ah. Gelb. Nein. Ah. Gelb. Er hat wieder gewonnen. Die Sau. Ne, äh. Alter. Der wunderbare Mr. Veal hat gewonnen. Jetzt geht es dir an den Gragen, Kleiner. Nicht, wenn ich abhaue. Ah. Die Sau. Oh, la, la, la. Wie kann ich solche Sp... Wie kann ich solche Spiele nicht leiden? Äh. Ich hab gewusst, dass dieses Level ultra schwer wird. Aber so schwer. Ich mach hier erst mal Schluss. Irgendwann werde ich hier wieder gegen die stabile Kämpfer. Aber heute nicht mehr. Ich bin die Melone. Mann sieht sich. Ich beiß sich. Und hört sich. Oh, la, 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 la